Hey, ihr seid Weckhauskanz. Angie macht wieder Draußensport. Draußen ist schön, also rausgehen. Das Beste, was man machen kann, ist natürlich Draußensport. Also, wir haben hier schon eine ganze Menge gemacht. Ich hoffe, dein Puls ist schon oben. Das heißt, du bist warm. Und jetzt brauchen wir wieder ein Handtuch. Und dann werden wir mal in die Seiten gehen. Wir werden diese Bewegung machen. Das heißt, Arme und Beine kommen zusammen. Und das machen wir erst mal auf einer Seite und dann auf der anderen. Also, Handtuch holen. So, du bist leicht ausgestellt. Gewicht hast du auf dem Standbein, auf einer Seite. Beide Arme haben das Handtuch. So, und jetzt ziehst du das Knie Richtung Handtuch. Ja, und das ist erst mal alles. Also, das machen wir mal zusammen. Warte mal, pass mal ein Stück zurück. So, starten. Und was geht's? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nochmal. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Der letzte. Eins. Wechsel die Seite einfach. Ich mache hier ein bisschen Krach. So, ich gehe mal ein Stück zurück. Wieder Gewicht aufs Standbein. Arme lang. Wir haben 16 Stück. Und los geht's. Eins. Versuch das Handtuch straff zu halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwei, 13, 14, 15, 16. Juhu. Yes. Hast du wieder was geschafft. So, jetzt brauchst du ein bisschen Balance. Wir machen eine schöne Standwaage und nehmen auch das Handtuch. Guck mal wieder. So sieht das gleich aus. So, hier. Und wenn es wackelt, dann ist das so. So, wir machen das Einbein. Huh. So, wir starten mal rechts. Eins. Zwei. Lange Arme langen Beine. Und drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Einer noch. Acht. Wechsel die Seite. Huh. Und los geht's. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Huh. Schönes Gefühl. Ich weiß. So, jetzt geht aber noch ein weiter. Und dann möchte ich das Handtuch jetzt Richtung Boden. Da musst du wieder gucken. Ja. Handtuch hängt. Du gehst jetzt so tief, dass dein Handtuch den Boden berührt. Also probier es einfach. Wir machen rechts, links. Okay. Und eins. Und zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Pause. Letzte Runde. Noch mal acht Stück. Ich freue mich. Aber wie geht's? Und acht. Sieben. Huh. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Der letzte. Eins. Checker. Wir haben was geschafft, ne? So, wir haben noch einen Teil, ne? Auf geht's. Als Baby.